willkommen zurück zu joshis woolly world und wir beginnen direkt auch mit level 13 schwammschlacht los geht's ohne trick anstecker erst mal so in den ladevorgang sieht man auch immer schön nie wird beiträge so kettenhundkugel gegner die ihr im weg sind haben patch gehabt weil das hier an den rand und sie in bewegung zu versetzen ok jetzt können wir diese kugel schieben und er kann diese wände kaputt machen und jetzt weiter nach vorne jetzt geht's hin so so eine art höhle und hier erscheinen auch noch mal viele kristalle und da waren auch wirklich stempelkarten drin und eine blume hier ist nichts mehr so hier braucht man die stampfattacke so schön in der mitte und dann einmal runter ich hoffe da war jetzt nichts mehr wenn man eine wolle auf diese box schmeißt kommen direkt immer drei neue raus außer wenn ihr halt schon fast die maximal anzahl habt dann kommt halt nur noch die anzahl die ihr nur noch braucht und diese gegner sind sehr fies weil die so schnell hin sind und so hüpfen so da ist eine versteckte wolke mit herzen so schön aufpassen dass man sich jetzt nicht den weg hier weg schießt schön getroffen und eine stempelkarte war hier zack und da rechts sehen wir schon mal eine röhre da kam was raus hier auch ne hier nicht aber hier ist was oder wachsatzpilze so das machen wir jetzt mal schön über bande so und jetzt können wir auch in die röhre rein so wunderwolle und sonst gibt es hier glaube ich nix mehr die musik ist im spiel auch richtig schön also es gibt sehr viele soundtracks glaube ich da gibt es jetzt nix mehr so zwischenstand mal gucken haben wir schon drei wunderwolle und nur eine blume das ist schon komisch da guck ich mich hier nochmal genauer um hier muss noch irgendwas sein lieber zu viel zu wenig gucken aber ich kann jetzt nix entdecken da ist eine und doch es ist die zweite hätte ich nicht gedacht so jetzt schön aufpassen hey wie kann der jetzt da runter ah da ist noch was und da ist auch noch was so und viele kristalle und eine wunderwolle die vierte jetzt ich gehe hier nochmal entlang da war doch irgendwas gerade ah da unten aber es sind nur herzen aber hier ist ja hier ein checkpoint und da ist noch mal eine oh die war sehr gut versteckt also wenn man zu früh in die röhre reingegangen ist käme man nicht mehr zurück oder ne ich glaube nicht ne ich glaube nicht so ah warte 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 hier war was da muss man die kugel nochmal benutzen um hier weiter zu kommen da ist auch noch ein fragezeichen wolke mit einem stempel karte jetzt schön mit anlauf da mal und weiter geht's das hier ist glaube ich nix mehr da ist noch was da ist noch was so so ah da wachsen jetzt auch wieder pilze so so dann fällt das paket da runter und dann können wir uns nehmen die vierte blume die blumen sagen natürlich auch ein bisschen wie weit ein level ist so manchmal sind halt alle blumen hintereinander und dann denkt man das level ist ja nicht so lang und dann kann es ganz anders sein aber meistens zeigen es eigentlich schon ein wie lang ein level ist oh da geht es rein und da ist die letzte blume so 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 oh nein jetzt brauchen wir noch ein Wollknall aber hier gibt es ja neue so 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 wir die joshis findet also jetzt hier diesen blumen joshi und wie überhaupt das spiel findet die level findet die musik das wird mich sehr interessieren habt ihr euch ist auch gekauft so hier gibt es auch noch so eine kugel wollen wir sie mal auf die piranha pflanze und da ist noch eine und ein freis ein flotter so haben wir alles ja es sieht doch gut aus so wenn man a drückt kann das auch überspringen das anzeigen und dann geht schneller weiter du hast 50 stempel auf näher gefunden und erhält dafür neue stempel stempel auf wo ist das ein feiner bonbon joshi so und jedes vierte level ist eine burg ein tor und jedes achte ist ein schloss wir nehmen jetzt den wald joshi und gehen dann hier direkt rein monty's festung also ein zwischenboss los geht's da ist schon so ein monty hat ein streck getroffen aber mit einer stamm verteidigte direkt tot und hier gibt es jetzt auch schon diese gemeine zacken kreise da da muss man aufpassen und hier kann man wieder an fäden ziehen da sind noch zwei am besten jeden einsammer man weiß ja nie ob das eine stempel karte ist oder nicht da ist auch noch was einfach mit einer wolle was auch wichtig ist kristalle und blumen kann man mit wolle ein also einfangen aber diese wunderwolle muss man sich muss er selber berühren also wenn man da wolle gegen speichs wird die nicht eingesammelt und was man auch festhalten kann in jedem level gibt es eigentlich zwei checkpoints also meistens auf jeden fall wir sind jetzt bewegliche plattform die man ausbauen zählen muss und da ist meine wunderwolle und da rechts kann man nicht hoch ist wohl zu hoch kommt man vielleicht noch später hin da oben kann man auch noch hin oder doch jetzt eine blume als verwischen aus ausprobieren hat man nicht doch so hoch kann da muss man auch wieder so gewicht auf die richtige seite legen und hier kann auch unten wieder wolle weg machen nein ich will die blume machen wir erstmal hier die ganzen kristalle einsammeln und dann versuchen wir es direkt nochmal vielleicht einfach ein eil schmeißen genau so geht's auch da sind schalkeis hier ist nichts mehr allein da ist eine wolke mit herzen und nochmal da kam kristalle jetzt raus mit einer stempel karte jetzt schön aufpassen da ist da oben links noch was nein anscheinend nicht da unten ist aber noch was eine blume die vierte schön aufpassen dass wir kein icecan verpassen und zum checkpoint da wird natürlich alles gespeichert was man bis dahin eingesammelt hat da kann man nicht hoch nein monty noch einer da ist was herzen aber die habe ich ja alles schon voll aufpassen da ist auch nochmal einer jetzt bloß nicht treffen lassen die vorletzte wunderwolle aufpassen jetzt das war schon die letzte blume und da sind kristalle erschienen und da sind kristalle erschienen mit einer wunderwolle und die letzte alles in braun also an den wundervollen kann auch immer sehen was in josh ungefähr aus wird das ist alles braun keine ahnung was daraus wird ich monty aber er ist schon mehr so er weiß nicht so und zwei monties und aus herzen aber nur ab in die bustür ich kann mir schon denken wer der boss ist bestimmt ein monty aber wenn wir jetzt sehen joshy du kannst mir gern nachlaufen aber die wolle bekommst du nicht wieder hier ist jedenfalls schluss für dich monty vermöbel ihnen nach strich und fahren so kam ich zaubert da ein bisschen und der monty wird riesengroß wie besiegt man ihn jetzt ne so schon mal nicht vielleicht muss man auf ihn drauf springen was da immer löschereien in die genau und dann stampf attack so wird das wohl mal zu net jetzt musst du gut aufpassen da kommt er wieder da so ist aber nicht schwer ist natürlich der erste zwischen boss da ist er natürlich noch nicht so schwer jetzt springt die kugel ist aber nicht so schwer ausweichen weil die sehr hoch springt da jetzt hat er mich getroffen ja weil er so komisch in der luft geblieben ist so ergebnis ja habe mich gerade zum schluss treffen lassen aber sonst haben wir alles das ruhig und einfach gleich nach wir gucken uns jetzt mal an was aus den wunder wollen hier rauskommt neuer trick anstecker und und was ist das denn feiner ein kakao joshi ok also im nächsten pack gibt es den bonbon joshi und den kakao joshi und level 1 5 also bis zum nächsten mal